Ihr Geliebten des Herrn Jesus Christus, vom 15. bis 17. Juli 2022 werden drei Tage in Dresden bei der Family Church angeboten, mit der besonderen Botschaft. Das Thema wird sein, berufen für mehr. Die drei Tage, in denen wir sehen und hören, wozu wir Christen berufen sind. Und der Traum, den Gott für dich hat, ist weit größer, als du dir vorstellen kannst. Ich bin ein lebendiges Zeugnis dafür und ich werde euch davon erzählen. Also der Ort, um euch anzumelden, ist die Homepage von Family Church in Dresden. Ich freue mich, euch dort zu sehen und himmlische Erfahrungen zu machen. Gott liebt dich und will dich segnen, wie du dir nicht vorstellen kannst. Shalom, shalom.